Hey, hier ist noch ein Schalker-Ding. Haha! Geh weg hier! So, ich hab Elytors. Und ihr? Ich nicht. Wir haben eine Ehre. Angst. Ja, genau. Das braucht man nicht, wenn man Elytors hat. Ah ja. Doch. Wie macht man diese Schalker-Kisten? Mit Kisten Schalker-Shell. Ja. Und den Enderdrachen-Kopf von vorne vom Schiffle? Oder wo sitzt ihr? Der ist vorne am Bug. Oder wie das heißt. Da ist er. Eigentlich ist es ohne Elytra unmöglich weitere Festungen zu finden. Ja. Ne? Wo seid ihr? Ich bin über dir. Ich fliege. Ich schwebe. Shit, ich muss aufm Mast landen. Oh, sick Junge! Junge! Oh, was? Junge, warum T-P-D? Ich sag, hört doch auf. Bitte nicht, ich baue grad was ab. Nein! Junge, sick, ich hatte grad voll die guten Sachen gehabt. Hä, was meinst du? Nein, ich war noch mal rund. Junge, ey, jetzt kann ich mich direkt nach ganz oben wieder bauen. Ich muss im Wasser landen. Ich bin grad bisschen schuckert, was ich hier grad für Sachen in dieser Kiste gefunden hab. Oh mein fucking Gott. Echt? Ich werd die ganze... Ich brauch nur noch einen. Braustand, geil, das hatte ich bisher noch gar nicht. Ich hab die Tränke da rausgenommen, nice. Oh, Gold. Oh, her damit. Alter, diese Drecksfiecher, ich muss hier rein, ich muss hier ins Gebäude rein. Und ne Hose. Pfff. Und rote Beete hab ich glaube auch noch nicht. Pfff. Warum können die Dinger einen verfolgen? Man kann davon sich gar nicht mal wehren. Ja. Die sind schlimm, diese Viecher-Teile. Man muss die halt zerschlagen oder... Man muss die genauer Präzision haben. Shit. Präzision und genau ich... Ja. Und dann diskutiert der Hohen, sonst wenn er schwach ist. So schlecht. Hm, das stimmt. Alter, das red mich grad so oft. Mach mal Easy-Mut dran. Find ich, man. Ein Hakoschmi. Oder ein Hart. Kann man die auch mit nem Bogen abschießen? Ja, das geht auch. Ja. Geil. Das geht auch. Na klar. Da redet der... Echte Herrscher. Sächsisch? Bayerisch? Ne. Wie nennt man das? Es hat so einen speziellen Namen. Dieser Dialekt. Deutsch. Ja, also das ist eigentlich Stammdeutsch. Ja. Alles andere ist Fake. Mhm. Du bist auch Fake. Hey! Luftkämpfe! Als echt als echt. Ja. Stimmt. Alter, ich muss mal die alten Apple Red Songs wieder hören. Photoshop war ein Joke. Ich war da echt mal... Äh... Ach. Nein! Oh mein Gott, ich hab kein... Ich bin hier einfach hinterher gesprungen, hab überlegt. Die Inventories noch an, oder? Ja. Im End nicht. Im End nicht was? Ne, im End nicht. Wo liegen Six-Sachen? Wo liegen Six-Sachen? Überall verteilt. Ich sammle die gerade. Wo bist du? Scheiße, Mann. Wir teilen das Gebäude auf. Ich verarsche. Ich verablocken. Zeck. Zeck. Ich geb dir. Wenn du dein Haus schenkst, dann müssen wir deine Sachen. Ja, Herr Rieze hat ihn mir schon gegeben. Den Rest gibt er aber nicht. Ja. Ich frage aber, Herr Rieze, der hat nix eingesammelt im lieben Beude. Wollt ihr mich mal fliegen sehen? Ja. Wohin? Tippe mich mal hundert Blöcke in die Luft, Rieze. Ah ja. G&M will den Himmel, weil er... ja. Ja, okay. Ich bin daneben geflogen. Tut mir leid. Ah, ich kann fliegen. TP mich mal zu. Oh. Warte mal. Geh nach oben oder so? Ich kann gerade nicht raus. Ich hab hier Wasser platziert. Irgendwer hat sich eingepisst. Warte mal, bewegt euch nicht. Nicht bewegen. Zeck, folgt mir mal. Ja. Oh, Junge, es kommt jetzt die scheiß Enderman da rein. Ah, Enderman-Form hast du gebaut. Geil. Nein, nein. So schnell geht das. Oh, Leute, sorry. Junge, jetzt hört doch auf, Alter. Kann ich jetzt hier gehen? Ich will nicht mehr. Er lacht hier. Jetzt mach ich. Das hört sich an wie Julia. Das ist aber wirklich, Junge. Junge, hör doch auf. Junge, hör doch auf. Junge, Alter. Das macht echt keinen Bock. Evi, Evi fehlt gleich noch an. Ich schwöre, würden wir ihn töten, wird er sofort, äh, geschehen würde jemand... Junge, du brauchst gar nicht so rumrollen. Du killst ganze Zeit Julia und alle. Ich hab Julia nicht einmal gekillt. Du bist der, der eigentlich am wenigsten Fresse halten sollte. Am wenigsten. Ich hab Julia noch nicht einmal gekillt. Ich hab Julia noch nicht einmal gekillt. Du hast trotzdem... Du greifst trotzdem alle an. Doch, du hast alle gekillt. Du hast auch deinen komischen Pizza-Typ-Creeper die ganze Zeit gekillt. Pizza-Typ. Keine... Egeaall. Egeaall. Komm, wir singen das gleich zusammen in der Karaoke. Ich kann aber keinen Text davon. Ja, egal, ich kann auch nicht. Ich kann nur egal... Ah, ich hab mit Rietze neulich Karaoke-Party gemacht. Du nervst. Ja. Ey, das ist ehrlich. Ich hab gerade eine gute Festung gefunden. Nur? Ich hab auf einmal... 312983182 Level. Ja, ich weiß, das ist ein Bug. Lo, jetzt hab ich eins. Ich hab gar keinen. Bei mir kommt das nicht. Bei mir kommt das nicht. 62? Lol. Ich hatte 42. Maurice, was ist mit meinen Leveln? Ich hab gar keinen. Wir müssen dir jetzt ja geben. Ich hab selber keinen Level. So Leute, ich hab ne Tribüne gebaut. Komm, wir machen jetzt eine Karaoke-Party. Ja. Ja, aber Sig, gib mal bitte wirklich Level. Weil ich wollte was verzaubern. Levels. Danke. Guck mal, Sig hat Ehre. Sig ist der große Ehre. Außer wenn's um Waro geht. Da kehrt er mich einfach fast. Huch. Ah, hier ist die Bar. Ah, nice. Wo ist die Bar? Wo ist die? Wo ist die? Na hier. I've been always want you. Sig, wo ist die? Hallo. Okay, Sig komm, wir fangen an. Wo bleiben die anderen? Wir wollen eine Karaoke-Party machen. Ja. Da muss ich die Musik entfernen. Pfff. Sig, willst du schon mal was trinken? Ein Bier oder ein Wodka? Klar. Beides. Okay, dann brauch ich, wenn du beides willst krieg ich 8 Iron Nuggets. Iron Nuggets? Okay. Ja. Hier, oh warte, das waren die Dicken. Äh. Ja. Hier, ähm, ich hoffe du kannst wechseln. Ne, ich hab's passend. Pfff. Ja, danke. Dann kriegst du ein Bier. Ja. Und ein Wodka. Hier, Kornmäßig. No. Oh. Ein Bier und ein Wodka. Ehre. Ähm. Du kriegst eine Pfingstrose. Und ein kaputtes Goldschwert. Pfff. Ja, ein nicest Goldschwert hab ich übrigens weggeworfen. Ich weiß. Jetzt hast du's wieder. Come back. Das ist schick sein, ne? Eigentlich kriegst du auch nicht so. Guck mal, ich hab mich schon wieder unter den Tisch gesoffen. Pfff. Das gibt's nicht, gell? Immer wieder dasselbe mit mir. Pfff. Ne. Ah, 5 Iron Nuggets. Das sind ja Wura Preise. Für ne Wasserflasche. Pfff. Das ist Wodka, steht doch drauf. Ja, das ist fake. Das Etikett. Pfff. Pfff. Das ist eine Billige von ganz unten aus. Pfff. Wow. Pfff. Guck mal, es denkt wie der abgeht. Guck mal im Spiel. Guck mal im Spiel. Ja, da musste man meinen Kopf drehen. Pff. Guck mal wie der im Spiel abgeht. Ja, ich seh's nur im Augenwinkel. Pff. 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 Ich geh auch grad so ab. Headshake. Sprech. Ich war auf ordentlichen Gesang. Ach so. Ja, ich hör grad nur Musik, deswegen. Okay, ich singe was von Katy Perry. LAST FRIDAY NIGHT. 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 Warte, ich hab ne geile Idee. Wir suchen uns einen Sänger aus. Und jeder von uns muss davon lieb singen. Okay. Wir machen Richtung. Okay. Wir fangen mit Rock an. Dann mache ich dieses Wort da you want from me, was du da mir gezeigt hast. Okay, ich mal. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Ja, dann müssen wir die Musik aber abspielen lassen oder können wir auch so singen. Ja, die Musik abspielen lassen. Warte. Ey, aber gib ein Karaoke, damit man nur die Musik hört. Und keine Lyrics. ... ... ... SIG, geh ja auch mal so. Nein, nicht so SIG. Häftiger, heftiger, heftiger. ... Ich hab mich eingepisst. Kommt der nächste dran, ihr müsst nicht das ganze Lied singen. Hör, mein Argel ist ja fast kaputt, als ob... Ja, ich weiß. Ja, wir dürfen nicht lachen, aber ich glaub, wir sind auch nicht besser. Nein, nein, ich lach nur gleich, guck mal wie viel der nachgeht. Guck mal. Guck mir nochmal an. I took all of this money, warte mal, wo geht's jetzt weiter? Okay, es reicht. Obwohl die Hook wär gut. Just don't give up, I'm walking it out. Please don't give an eye, I will let you out. Don't mess me up. Need a second to breathe. Just keep coming around. Hey, what do you want from me? Okay, Abbey. Okay, Abbey. 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 Abbey.